wolfgang brechen jetzt ein schloss auf bolzenschneider video nummer keine ahnung wie viel da ist der bolzenschneider der bolzenschneider bleibt aber in der ecke stehen und guckt einfach nur zu bei dem schloss da muss er nun wirklich nicht da nehme ich den kleinen bruder von bolzenschneider und dann gehen wir hier ran ich hab ja so einen großen und so einen roten das war das hat manche mal sehen wie ist der roten doch schon aber wenn die dinger sind nicht will ich das recht wollte schneller video beendet der wolfgang freut sich dann nehme ich mir das auch mit irgendwann jetzt oder hält schuldet kommt der bolzenschneider zum einsatz ganz einfach da wird nämlich auch kaukasischen kasu immer bis zum nächsten mal knackig